Musik Ehe wir Gairanger erreichen, unterqueren wir noch eine alte Brücke aus dem Mittelalter, die Knuten. Musik Bei unserer Einfahrt nach Gairanger liegt ein großer Passagierdampfer vor Anker, die Black Prince. Musik Von unserem Stellplatz direkt am Wasser unternehmen wir einen Fußmarsch, um Gairanger und seine Umgebung näher kennenzulernen. Musik Vorbei am Gairanger Hotel geht es bergauf und wir haben einen schönen Ausblick über den Campingplatz und den Fjord. Musik Etwas weiter oben liegt eine achteckige Holzkirche aus dem Jahre 1842. Musik Spätabends kehren Paddler von ihrem Ausflug in den Gairanger Fjord zurück. Als wir am anderen Tag erwachen und aus dem Fenster schauen, trauen wir unseren Augen nicht. Wo kommt denn plötzlich dieses Hochhaus her? Es ist ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das da direkt vor uns im Fjord liegt. Seine Passagiere unternehmen von hier Busreisen in die Umgebung bis nach Lohm. Wir aber setzen unsere Fahrt fort. Musik Inzwischen liegen drei große Kreuzfahrer in Gairanger vor Anker. Musik Wir durchfahren Gairanger und steuern auf die Irnewein, den Adlersdingen zu. Musik Mit einem Blick auf die Schiffe verabschieden wir uns von diesem bezaubernden Ort. Musik Hoch und höher quält sich unser Wohnmobil im ersten und zweiten Gang. Musik Auf einem Parkplatz machen wir Rast und genießen herrliche Ausblicke in den Fjord und auf die sieben Schwestern einem siebenarmigen Wasserfall am Nordufer des Fjords. Und als wollte man uns mit einer besonderen Attraktion verabschieden, nun sind es vier große Kreuzfahrer, die im Gairanger Fjord vor Anker liegen. Als wir unsere Fahrt fortsetzen, standen auf einmal Kühe auf der Fahrbahn, die beim vorsichtigen Vorbeifahren langsam Platz machen. Auf solche Situationen muss der Autofahrer hier gefasst sein. Musik Als wir im Hafen von Eisdalen ankommen, ist unsere Fähre bereits abfahrbereit und wir können unverzüglich über den Nordalsfjord nach Linge übersetzen. Musik Von hier erreichen wir über die E650 das am Atlantik gelegene Orlesund. Musik Eine Stadt in der Fischfang und Fischverarbeitung hat, eine wichtige Rolle spielen. Als nach dem verheerenden Stadtbrand von 1904 der deutsche Kaiser Friedrich Wilhelm II. massiv wieder Aufbauhilfe leistet, wird auch eine Straße nach ihm benannt. Noch heute existiert die Kaiser Wilhelmstraße. Wir wollen von der Stadt die 418 Stufen zur Fjellstua, eine Gaststätte, hinauf, um den herrlichen Anblick von Orlesund von oben zu genießen. Musik Über dem Yachthafen mit dem Fischmarkt leuchtet hoch oben Fjellstua. Ein Besuch im Aquarium von Orlesund ist sehr zu empfehlen. Insbesondere täglich um 13 Uhr, weil dann die Fütterung der Fische durch einen Taucher erfolgt. Zu sehen sind einheimische Fische, so Steinbeißer, Lachse, Heil- und Steinbutt und Dorsche. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Unser Tag klingt auf einem Wohnmobilstellplatz direkt am Atlantik aus. Unser nächstes Ziel heißt Anders Ness, wobei wir die Strecke über die bekannten Trollstiegen nehmen. Wir sind von den Ausblicken in diese bizarre Bergwelt begeistert. Eine Bergwelt, in der der Lage nach die Nationalfigur der Norweger die Trolle zu Hause sind. Wie eng es auf diesen Straßen zugeht, zeigen diese Bilder. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf dem Campingplatz Andersness empfängt uns ein alter Troll mit wehenden grauen Haaren. Auf diesem wegen seiner Lage an die Alpen erinnernden Fünf-Sterne-Platz werden wir zum ersten Mal nach unserer ADAC-Karte gefragt und erhalten prompt 10% Rabatt. Nach einem kurzen Absteche in das malerisch gelegene Andersness, dem nördlichsten Punkt unserer Rundreise, ging es von nun an immer südlich. Vorbei an den ca. 1000 Meter, fast senkrecht in den himmelrackenden Trollwecken, etwas südlich von Andersness gelegen, Vorbei an der 1695 errichteten Kirche in Les-Jakok mit ihrem reizvollen Umfeld. Vorbei an weiteren Elchwarnschildern hinein in eine seichter werdende Landschaft, die auch breitere und bessere Straßen hatte. Zu unserem Ziel der Olympiastadt Lilhammer. Die Eissporthalle, in der das Endspiel im Eishockey ausgetragen wurde und aus dem die Schweden als Sieger hervorgingen, ist als Museum eingerichtet. Es zeigt die Spiele der Neuzeit vom Beginn bis heute. Die Halle ist heute vielen Sportlern und Sportarten zugänglich gemacht worden. Uns interessieren noch die Olympischen Sprunganlagen oberhalb von Lilhammer. Wir sehen das erlöschene Olympische Feuer und die große und die kleine Schanze. Auf der kleinen Schanze findet gerade ein Mattenspringen statt, wobei Weiten von 70 bis 80 Metern erreicht werden. Eine weitere Attraktion Lilhammers ist das Freiluftmuseum Maihorben, das zweitgrößte nach Oslo. Hier sind Baustile und Lebensgewohnheiten der Norweger vom Mittelalter bis heute dargestellt. Zum Beispiel die Kapelle von 1459. Musik 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 Zum Teil wurden ganze Straßenzüge nachgestellt. Auch die Bäckerei, die für Touristen noch in Betrieb ist. Unser nächster Anlaufpunkt ist die Storgata, die Einkaufsmeile Lillhammers mit zahlreichen Geschäften und Cafés. Nach ca. 170 Kilometern erreichen wir Oslo und sehen uns die berühmte Holmenkollenschanze an. Ein imposantes, in den Sommerhimmel ragendes Bauwerk aus Stahl und Beton. Der Aufsprunghang wurde geflutet und der Schanze gegenüber befindet sich eine auf Bondons schwimmende Bühne. Hier finden im Sommer Konzerte statt. Wir entrichten unsere Mautgebühr und fahren nun immer südwärts der schwedischen Grenze entgegen. Über die 16 Kilometer lange Brücke zwischen dem schwedischen Malmö und der Hauptstadt Dänemarks Kopenhagen setzen wir dann wieder zum Festland über. Eine wunderschöne 4.400 Kilometer lange Reise ist zu Ende. Und ist doch nur ein Anfang, denn Norwegen, wir kommen wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017